was geht leute hier ist euer mario zocker elf mit dem rückblick vom januar 2015 ja im letzten monat ist leider wirklich nicht sehr viel passiert ich habe letzten monat noch einen neuen server aufgemacht parkour und arbeite aktuell an noch einem anderen server auf dem ich noch gerade arbeite und für mein server netzwerk sky survival werde es aber bald eröffnen und werde in diesem monat mehr videos machen drei stück sind schon vor produziert ich glaube 1 wird sogar später noch hochgeladen aber im letzten monat habe ich ein auto gemacht ein neues und ein intro yes in diesem monat wird auch das 100 abonnenten special kommt da ich die selbst schon vor produziert habe und vieles mehr gut also leute dann sehen wir uns weiterhin in diesem monat mit mehr videos hoffe ich und ja verabschiede mich leute und ich wünsche euch noch einen schönen tag und viel spaß mit dem neuen intro und meinem neuen outro und ich wünsche euch noch ein paar Minuten bis zum nächsten mal